Was ich großartig finde, ist, dass kein Tag wie der andere ist. Da geht es mal um psychische Belastungen, dann geht es mal auch um Unterstützung bei Veränderung der Ernährungsweisen. Es geht um Mobilität, es geht um ganz, ganz vielseitige, ein vielseitiges Spektrum. Mein Name ist Romana Bayer. Ich bin im betrieblichen Gesundheitsmanagement der Caritas Wien tätig und auch die stellvertretende Leitung der Servicestelle Gesundheit. Wir schauen, dass wir für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ganz Wien und Niederösterreich gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen und Arbeitsplätze schaffen. Wir sind in unterschiedlichen Arbeitskreisen im Austausch auch direkt mit den Bereichen, mit den Bereichsleitungen, aber auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern direkt an der Basis. Teamarbeit ist bei uns in der Servicestelle Gesundheit ein ganz wichtiger Punkt. Dadurch, dass wir im Team auch ganz unterschiedliche Erfahrungen mitbringen, allein auch deswegen, weil wir einen ganz unterschiedlichen beruflichen Werdegang haben, ist es für uns ganz wichtig, gemeinsam Entscheidungen zu treffen und auch gemeinsam Ziele oder auch Veränderungsmaßnahmen umzusetzen. Das Gemeinsame steht da wirklich im Vordergrund. Wir feiern auch gerne mal Erfolge und haben einfach Spaß gemeinsam. Komm doch auch in unser Team. Bewirb dich jetzt bei uns. Wir freuen uns auf dich.